Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time 3D, den wahrscheinlich letzten Part. Ich weiß aber noch nicht, ne? Also es kann auch sein, dass es vielleicht sogar erst der vorletzte ist. Mal gucken. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zum Schloss und Zelda retten. Denn natürlich wurde sie jetzt noch weggegrappt. Was auch sonst. So. Auf geht's. Ich bin sehr gespannt. Ich habe selbst wie gesagt nie gespielt, ab dem Zeitpunkt, wo ich groß bin. Und alles andere kenne ich sonst selber nur aus einem Let's Play. Deswegen. Uh. Tanamo, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Rauru. Die sechs Weisen sammeln unsere Kräfte, um eine Brücke zum Portal von Ganelofs Schloss zu legen. Der Wachtturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von sechs Siegeln des Bösen blockiert. Bricht die Siegel. Dringe in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Oh, Regenbogen. Und eine Regenbogenbrücke. Und eine Regenbogenbrücke. Oh, Wollah. Achso, scheiße. Oh, Wollah. Mann. Ich habe doch nicht so viele Bomben. Hör auf jetzt. Schau mal, wie die mich jetzt fertig machen. Wisst ich jetzt. Alter, wie die mir einfach übel viele Herzen jetzt geklaut haben. Die scheiß Dinger. Hätte ich es nicht mal machen müssen. Huch. Sieht ja ziemlich fancy aus. Geh ja doch erstmal hier rein, oder? Wald. Ach, muss ich jetzt nochmal alle Themes nochmal machen, oder was? Was willst du denn? Ich hau dich kaputt. Oh, tschüss. Easy. Mit Cheesy. Oh, Pfeile. Das ist gut. Was haben wir denn da drin? Ah, Geld. Toll. Oben ist ein Feuer. Okay. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich erstmal nicht die Superpfeile. Aber das packen wir mal aus. Denn wir brauchen Feuer. Und den nach oben muss ich wahrscheinlich noch abschießen. So. Oh, das geht wahrscheinlich nicht. Aber so, oder? Jawoll. Lüblüdu. So, dann let's go weiter. Oh, nee. Nicht schon wieder so ein Kackding. Okay. Was soll mir das jetzt sagen mit dem Wind? Hui. Ach, ich. Ja, okay. Perfekt. Ja, soll. Soll toll. Komm, mach mal deinen Wind jetzt. Hui. Ähm. Ähm. Ja. Gute Frage, ne? Keine Ahnung. Hui. Keine Ahnung. Mitfahren muss das Ding weg. Wie mach ich das jetzt? Einfach wieder versuchen, Bomben hinzuwerfen. Mann. Lass doch anvisiert. Ja, friss. Komm. Kann ich da einfach hinjumpen? Ah, okay. Das funktioniert. Keine Problem. Schau mal, was macht das? Cool. Ich weiß nicht, was es macht. Kann ich da wieder hin? Ah, nee. Oh, ah. Das ist da gespawnt. Okay. Sehr nett. Brauche ich trotzdem noch eins. Ja, irgendwann natürlich. Und schwupp. Da rüber. Gut, das andere kriege ich halt sobald es wahrscheinlich auf. Ja, genau. Jetzt. Hallo, 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 hallo. Ja, danke. Tschüss. Hui. Und weiter. Jetzt kommen noch so Special Mega Dinger oder was? Ach, nee. Das war es schon. Also hier ist Finito. Ah. Okay. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Joa. Hat mir halt jetzt keiner erklärt. Oder soll ich da mit einem Lichtpfeil draufschießen? Was wäre es, ey? Das wäre aber halt kacke, ne? Jetzt stell dir mal vor. Ich hab... Ah, tatsächlich. Ich hab keine Pfeile mehr. Das wäre halt jetzt richtig ripp. Babam. Das Waldsegel ist gebrochen. Beeil dich, Tanamo. Vision oder was? Oh, nee. Ich werde wahrscheinlich zurückgebracht. Oh, bitte sag's. Ja, danke. Nice. Okay, dann. Äh, als nächstes zum Feuer. Tempel. Siegel. Och, nee. Ey, warum denn? Warum denn so nervig? Aha. Ich hab'n Fick drauf, was du willst. Sauer. Ah. Toll. Über dem Drau... Drüber, ey. Komm. Ja. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass das natürlich nichts bringt bei solchen Kack-Gegnern. Ja, und wie krieg ich jetzt das da oben? War's natürlich auch wieder keiner. Außer ich kann so'n Teil schieben. Tatsächlich. Aber ich kann ja trotzdem nicht auf dem draufklettern. Naja. Wollen wir mal ausprobieren. Das ist doch wahrscheinlich nur der vorletzte Part und noch nicht der letzte. Hupala. Weil ich glaube nicht, dass ich... Oh, warte mal. Was mach' ich denn? Ist ja voll unnötig. Komm' mal da oben. Ach man, das hab' ich gar nicht gesehen. Ich bin so blind. Naja, dann geht's jetzt weiter. Bam. Moin. Bam. Erstmal gucken. Okay. Ich hab' keine Krabbelmine. Bitte sag' ich krieg' Krabbelminen. Oh, ja. Geil. Danke. Ah, ich hab' mir jetzt echt gedacht so, nein. Ich komm' nicht weiter, weil ich keine Krabbelmine hab' aber doch. Gott sei Dank. Hab' ich welche bekommen. Ja, das wird jetzt lustig mit den Krabbelminen. So. Okay. Let's go. Jo. Easy. Easy Mac Cheesy, Alter. Bam. Okay. So, ah, hier brauch' ich mein Licht. Er ist doch nicht der Feuertempel. Sondern der Dingsbummstempel. Aber ich hab' hier ja gar kein Licht. Na, guck mal an. Jetzt brauch' ich ja doch noch meine Feuerpfeile. Fällt mir ein, ich hab' gar keine Eispfeile. Wieso hab' ich keine Eispfeile? Oh nein, wenn ich jetzt noch die Eispfeile brauch' ich rast' aus. Ich steck' deinen Scheiß weg. Natürlich war's falsch. Nein. Nein, geh weg. Fiss' dich. Immer wieder dieselbe Scheiße mit dir. Ja, natürlich nicht. Nein, schon wieder. Geh weg. Fiss' dich. Nixer. Was bringt mir das ganze Geld? Ich glaub' echt, dass wir hier echt noch die Eispfeile brauchen. Jawoll. Geht doch. Grinze Backe. Wie wie grinsie. Yeah. Jetzt darf ich schon wieder die Pfeile ändern, weil das Spiel einfach nur zum Mobben da ist. Das ist das beste Evelation of Zelda ever. Nee, find' ich nicht. Nicht mal im Ansatz. Es ist ein sehr geiles Zelda. Definitiv. Aber es ist mit Abständen nicht das Beste. Vielleicht damals zur N64-Zeit. Aber meiner Meinung nach hat Majora's Masterspiel doch direkt wieder vom Thron gekickt. Nostalgie-Brillenträger. Ey, ich hasse die. Ja, war alles besser. Bla, bla, bla. Mhm. Ba, bam. Okay, cool. Dann... Da ist noch so eine Steindinge. Ist hier aber eigentlich gar nichts in dem Raum. Außer... Solche Dinger. Na, ich geh jetzt einfach hier... Jetzt ist Feuer dran. So, let's go. Einmal verzweifeln bitte zum Mitnehmen. Uh, 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 okay. Was zum Fick. Wow. Das Herz hätte ich aber gern. Uh. Soll ich denn da drüben hinkommen? Oh, das war aber knapp. So. Okay, ist da irgendwas oben? Nee, natürlich nicht. Wie soll man da hinkommen? Einfach hinlaufen. Einfach drauf scheißen oder was? Ja, nein, natürlich nicht. Ja, perfekt. Alles nochmal machen. Ja, keine Ahnung, wie man dann da hinkommen soll. Ich bin der Meinung, dass dieses Spiel mit dem Ende hier versucht, das Spiel ein bisschen in die Länge zu strecken. Ja, ja. So eine... Ja, perfekt. So eine Arschlochmeinung habe ich. Krass, oder? Ja, ja. Ich bin halt nicht davon überzeugt, dass dieses Spiel als das beste für Legend of Zelda ever gilt. Also jetzt im Nachhinein behaupten ja immer noch viele, dass es immer noch das Beste ist. Und das finde ich halt behindert. Das stimmt halt aber nicht. Ähm. Ich hoffe, das ist richtig. Also ich würde es trotzdem in meine Top 5 packen. So ist es nicht. Von allen Zelda-Spielen. Aber es ist nicht auf Platz 1. Okay, jetzt war das falsche Lied. Weil ich ein Champion bin. Im Merken. Die Hymne der Sonne. Maybe. Auch nicht. Aber was war denn das nochmal? Was musste man denn da nochmal machen? Äh. Wie ein Lied? Weiß es doch nicht, Mann. Hä? Irgendein Lied musste man doch spielen. Gibt es denn noch? Sonne, Zeit. Ja, gut. Warum, ja. Hä? Oder musste man da mit dem Hammer drauf? Ich weiß es halt einfach nicht mehr. Mann, man muss immer so viel, man muss sich da so viel merken. Nein, nein, das auch nicht. Ja, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ja, ich habe mit Absicht jetzt die Schuhe angezogen, weil ich mir denke, vielleicht geht es ja damit ganz gut. Ja, das werde ich da drüben trotzdem nicht schaffen. Ja, aber guck mal, das geht gar nicht runter. Ja, das ist ja mal praktisch. Uh. Ah, springt gleich. Oha. Oh, nee. Sag nicht, ich brauche hier die Eispfeile. Und sonst komme ich da nicht rüber. Das wäre so hart behindert. Ach, aber das eine Ding will doch runterfallen. Irgendwas muss man hier doch spielen. War doch das oder nicht? Ich check's nicht. Das mockt mich einfach. Das kann nicht sein. Irgendwas musste man da doch spielen. Ich habe es doch schon woanders gemacht. Das gibt's nicht. Okay, ähm. Ja, ich muss ganz kurz auf Toilette und dann überlege ich mir was Neues. Bis gleich. So. Ah, da bin ich wieder. Und ich habe mich zu entschlossen, das noch nicht zu machen. Sondern erst, äh, die anderen. Weil ich irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gerade was machen kann. Denn, mir ist nämlich eingefallen, draußen gab es doch noch, ähm, so einen Stein. Genau, also hier draußen vor der Festung. Und hab, das hatte ich ja auch gar nicht weggekriegt. Deswegen glaube ich, können wir da eh noch nicht weiter. Naja, gehen wir mal da rein. Das ist der nächste. Da machen wir die anderen alle erstmal. Und den Feuer, den machen wir dann, ja, als letztes. Okay, was ist das jetzt für ein... What? Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall Feuerpfeile. Und ich denke, Auge der Wahrheit. Und das war's, glaube ich, hoffe ich. Äh, schauen wir mal. Ah ja, okay. Also das Auge brauchen wir erst später. Aber hä, wie komme ich denn dann da hin? Äh, keine Ahnung. Ups. Ach, okay, ja gut. Hat sich erledigt. Uah. Uppala. Ja, spring halt einfach gleich drüber, ey. Ja, warum nicht? Ach ja, perfekt, Geld. Brauche ich nicht. Warte mal. Wir gehen erst zurück. Ich glaube, von da ist es am einfacher. Weil ich dann nicht erst so rumlaufen muss. So. Dann. Bewegung. 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 Ach, geh du mal weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab keinen Bock. Schon wieder von dir beklaut zu werden. Hau ab. Ach, Geld, cool. So, Mann. Pfeile. Pfeile sind super. Okay, dann. Ich glaube, wir brauchen das nochmal. Oh, oh. Oh ja, perfekt. Uh. Ah ja, tatsächlich. Gut. So. Uh, da unten ist noch was. Quatsch. So. Oh, eine Kiste. Geil. Ähm. So. Hoch. Bam. Was haben wir denn da drin? Bin ich mal gespannt. Gibt's da eigentlich einen Schlüssel oder so? Oder eine Karte? Die Goldhandschuhe. Du fühlst sie noch. Du fühlst noch größere Kraft. In den Armen. Du packst schwerste Dinge mit. Oh, jetzt hab ich goldene. Okay. Hä? Ich weiß nicht, wofür wir jetzt noch andere brauchen. Keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Uh, da brauch ich einen Hammer. Hammer. Hammer, 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 Hammer. Summer time. Bam. Pfeile. So, was bringt mir die Stelle? Okay, ich hab keine Ahnung. Ach so, dann sind die da hinten wieder da. Ja, wow, okay. Hoppala. Aber das brauchen wir ja nicht. Deswegen drauf geschissen. Uh. Herzen. Und weiter. So. Was haben wir denn da drin? Oh, Mana. Herzen werden ganz cool. Naja, gut. Dann holen wir mal wieder unseren... Oh, hoppala. Ich muss ja so zuerst das machen. So, jetzt aber. Boom. Platsch. Nice. Oh, Impa. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Jo, wird gemacht, Impa. Kein Problem. Tschüss. Uäh. Uäh. Huch. Wie bin ich da jetzt hier hingekommen? Magie. So. Okay. Dann Feuer, weil sie nicht... Ich... Keine Ahnung, wie man den machen kann. Oh, da unten ist Eis. Dann machen wir doch mal Eis. Eis-Temper. Ich hoffe echt, wir brauchen keine Eis-Pfeile, ey. Das wäre ja so scheiße. Hoppala. Ja, also ich brauche wieder Flaschen. Alright. Oh, Bomben haben wir auch gleich gekriegt. Nett. Was ist hier drin? Oh, wo kommst du denn her? Oh, wow. Erstmal drehen. Okay. Was haben wir denn da? Uh, Herzen. Geil. Herzen nehme ich gerne. Watsch. Uäh, eine Falle. Ja, das ist frech. Das ist frech. Wow. Wie viel kommt denn? Dann spawnen die neu. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Flasche. Dann nehmen wir mal gleich zwei mit. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir noch ein paar mehr brauchen. Blau ist Feuer. Und Flop. Und nochmal blau ist Feuer. Okay, dann benutzen wir hier doch mal den ersten. Bop. Futsch. Und flatsch. Verbrennen. Okay. Was haben wir denn dahinter? Uh. Uh, lol. Wieso geht das auf Zeit? Nein, ich will nicht hinauf. Ich will nicht schieben. Ja, doch. Ich will schieben. Hallo. Schieben. 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 Scheiße. Oh, boom. Da ist ein Loch. Ich glaube mal, ich kann es da reinschmeißen. Yay. Was ist das? Oh, eine Fee. Ja, komm her. Nein. Hallo. Die ist einfach weg. Die ist einfach weg. Die hat mich getrappt. Die hat mich einfach verarscht. Er ist scammed. Bom. Das ist echt gemein. Ah, was ist die Fee abgehauen. Wah, 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 woo. Ah, gut, dass ich noch eine blaue Flamme dabei habe. Da oben. Brauchen wir die noch? Ah. Hinauf. Und hinauf. Und die nächste blaue Flamme raus. Oh, da brauchen wir schon wieder einen Hammer. Ja, ja. Der Schalter ist schon wieder so verrostet. Das finde ich ja immer uncool, dass ich ständig wechseln muss. Äh, da ist der Hammer. So. Ah, dann. Labor. Babababab. Oh, eine Minute zehn noch. Ja, aber gut. Das war jetzt kein krass schweres Rätsel. Ich habe mir das halt direkt von Antwana irgendwie so gedacht. Bababab. Oh, da sind wir schon wieder. Die sind aber doch echt kurz. Die, diese... Kann man die Mini-Dungeons nennen. Bam. Wer ist jetzt hier im Eistempel drin? Wahrscheinlich, äh, Ruto, oder? Oh, tatsächlich. Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Liebster. Oh, die steht immer noch auf uns. Aber was ist jetzt eigentlich mit den Weißen? Sind die jetzt alle tot? Oder was ist mit denen? Ich habe echt keine Ahnung. Damals. So, was fehlt jetzt noch? Ähm. Haben wir hier unten noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da vorne komme ich nicht rein. Ich weiß nicht was. Was fehlt denn nur noch? Wieso sieht diese Wand da so komisch aus? Ah. Huch. Uha. 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 Da werden wir uns doch direkt mal zwei schnappen. Ich weiß doch nicht, ob wir die... Aua. Ob wir die brauchen werden, aber... Besser haben, als... Als wir brauchen, ne? Aua. Und noch eine. Zack. Geil, ey. Nein, weg mit dem Scheißschwerter. Also, das geht gar nicht. Wieso geht das nicht? Ich habe Gnade schon, Milch grünes Elixier. Nö. Was verkaufst du? Äh, Bomben. Fünf Stück, 40... Boah. Ja, okay. Komm, wir brauchen... Ich habe eh keine Ahnung, was ich mit dem Geld sonst machen soll. Deswegen machen wir doch das. Beile. Ja, okay. Und was bringst du mir? Ah, rotes Elixier. Ah, nee, nee. Braue ich nicht. Ciao. Okay, cool. So. Da drüben. Da waren wir. Gibt es nur noch die zwei Lava- und Dingsbombs? Okay, dann. Gott, ey. Ist das weit. Ah, wie komme ich denn da rein? Das muss doch... Also, mit Lieder geht das... Warte mal, ich habe doch... Oh, die Goldhandschuhe. Die Schweine. Ah, Boom. Uh, okay. Okay, anscheinend konnte ich die jetzt mit den Goldhandschuhen aufheben. Geil. Was ist das? Der Lichtbereich. Oh, da brauche ich... Obvious. Wie ist das da? Ach, guck mal, wer da ist. Boom. Oh, das sind ja noch Fledermäuschen. Die einfach unsichtbar sind. Bauer noch. Oh. Aua. So, was haben wir denn da drin? Pfeile. Ups. Hä? War es das schon? Sind die anderen alle Trap oder was? Was ist denn da drin? Show me. Ein Schlüssel. Ich will trotzdem mal die Kisten öffnen. Oh, da ist doch nicht nur Trap drin. Okay. Ist da überhaupt Trap? Oh, doch. Oh, ist doch Trap. Oh, Trap. Aber gut, wenn ich hier nur Geld bekomme, dann, ja, brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Huch. Hä? Okay, hier muss ich Zelda's Wiegenlied spielen. Das war's Falsche. Mann. So, jetzt aber. Zelda's Wiegenlied. Bam, 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 bam. Uh, eine Kiste. Ah, was haben wir denn? Oh, wala. Was haben wir denn da drin? Einen Schlüssel. Geil. Okay, dann einmal weiter, bitte. Huch, eine Minute Zeit. Wie sollen wir hier eine Minute Zeit? Was ist hier denn? Oh, oh. Ach so, die Teile sammeln. Okay, okay, okay. Da ist das Ding. Hä, aber... Lol. Okay, ich glaube, ich habe mich unnötig gestresst. Das ist, äh... Ja. Kinderkacke. Die Zeit hier. Oh, die Zeit läuft weiter. Okay. Oh. Hä? Wieso ist hier nix? Oh Gott, die Hand, die Hand, die Hand, die Hand. Die Hand. Kleiner Wichser. Ach, noch mehr Geld. Die Hand. Aha. Aha. So ist das also. Ja, dann. Juhu, Batsch. Wer ist jetzt hier drin? Welcherweise? Ah, du schon wieder. Das Lichtziegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Fehlt nur noch Feuer. Und Feuer können wir ja doch machen jetzt. Weil ich habe ja gerade herausgefunden, dass man ja die Handschuhe dafür einfach nur gebraucht hat. Kein Lied. Ja, cool. Aber ich würde sagen... Äh, nee, Quatsch. Ich sage gar nichts. Gehen jetzt... Zum Feuer. Der letzte, glaube ich. Dap, da, da, da. Wupp. Hallo. Freunde. Hallo. Warte mal. Achso, jetzt habe ich die Schuhe gerade nicht ausgewählt. Ja, egal. Ja. Oh mein Gott. Boah. Ganz schön knapp. Ja. Können natürlich die Schuhe jetzt einfach anziehen, aber... Nein. So, dann schmeißen wir doch mal den da kaputt. So, wir machen dich kaputt. Ja. Boah, ich hoffe, ich brauche die Eisplatte nicht um da drüben mitzukommen. Das wäre so kacke, Mann. Müsst ihr auch noch erst holen. Ich weiß auch nicht, wo es die gibt. Ach, oder so. Okay, cool. Ja, nice. Okay, aber ich würde jetzt mal kurz Schuhe wieder rausholen. Weil, ja, ihr habt keinen Bock. Was ist das Ding, der die ganze Zeit auch runterfährt? Ui. Mein. Ich bin kaputt. Nein, du hast mir das Ding weggeschmissen. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Uh, aber Hauptsache das Ding geht wieder runter. Das ist ja frech. Boah, Alter, ich dachte gerade. Tut, tut. So. Komme ich da dran? Ja, doch, natürlich. Das ist ja der längere Enterhaken. Ah. So, ich weiß nicht, ob ich die Schuhe noch brauche. Deswegen lassen wir die mal an. Ach, das war's schon. Ja, crazy. Ähm. Boom. Ah. Hoppala. Nein. So. Uah. Pschu. So, wer kommt jetzt? Darunia wahrscheinlich? Ah ja, tatsächlich. Das Feuersiegel ist gebrochen. Weile dich, Bruder. Ah. Okay. Bring mich bitte erstmal hier raus. Weiu. Ah. Wo bin ich denn? Pfiung. Das war jetzt das letzte, oder? Ah ja, okay. Nice. Nice. Ah, das ist doch nicht der letzte Part. Dann würde ich sagen, ist der nächste Part definitiv der letzte. Denke ich. Hoffe ich. Schätze ich. Ich habe ja keine Ahnung mehr. Ich habe Zelda so selber nie durchgespielt, den Teil. Äh, wo komme ich denn nochmal raus? Da drüben. Wie komme ich denn da wieder hoch? Äh. Wie komme ich denn da hoch? Wie kommt man denn nochmal da hoch, ey? Ich will hier raus. Ich muss raus. Ach so. Ah ne, Quatsch. Da geht es einfach raus. Okay. Aber, ähm. Füß. Ich habe doch keinen Bock, der Held der Zeit zu sein. Ich haue einfach ab und gehe nach Hause. Ne, also wir gehen kurz zu der Fee noch, weil ich würde gerne wissen, was wir noch von ihr bekommen. Oder, oh Gott, weh. Die gibt uns gar nichts und sagt nur, oh, danke fürs Befreien. Sei nett von dir. Oder gibt es noch irgendeine Magie? Lol. Die Skull, die habe ich nicht. Ich dachte, ich habe die geholt. Naja. Dann habe ich die halt jetzt. Kriege mir eh nichts rein. Ich habe kein Interesse an 100% in Orkland of Time. Aber vielleicht werde ich, irgendwann werde ich die N64-Version auch noch spielen. Und dann, weg damit. Und dann werde ich vielleicht 100% machen. Und schwapp. Schauen wir doch mal, was sie uns gibt. In den letzten Sekunden dieses Parts. Ah, wie gesagt, das Wiegenlied. So. Biu, 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 biu. Hallo, mein süßer Tanamon. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Oh, Abwehrkraft, okay. Also kann ich jetzt mehr einstecken oder was? Das wäre sehr, sehr praktisch. Huch. Okay, meine Herzen haben jetzt so eine Umrandung bekommen. Yeah. Ich habe zwar nichts, dein Ampairkraft wird verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Uh, das ist cool. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuch mich einfach wieder. Bis dann, süßer. Hui. Okay. Ja, praktisch. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Oh, dann gehen wir mal wieder zurück zum Schloss. Ach, das bleibt jetzt doch stecken oder was? Vielleicht ist das doch wieder weg cool? Nee. Ja, crazy. So. Dann rüber. So, rein in den Schloss. Aua. Ich bin auch einfach so dumm. Gannons Schloss. Das finale Naht. Hoppala. So, dann würde ich sagen, bleibe ich hier. Und wir hören uns dann im letzten Part wieder. Bis dahin. Euer Grand Tarnamod. Tschüssi. Und da fullest. ativos propheämie. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.